ja alles zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu resident evil hd remaster und liebe freunde wir waren hier beim letzten mal glaube ich und haben den schildschlüssel gefunden genau und allerdings ja was soll man dazu sagen die tür die für den schildschlüssel ist wir brauchen definitiv zwei heiligen und unser gewehr mit munition ja das ist jetzt doof aber dann wird man das einfach kombinieren damit und hierfür jetzt die munition reinpacken genau weil wer das original gesehen hat weiß was da oben kommt gewehrposition brauchen wir noch einen platz an die geschütze gleich weg ok und genau dann würde ich vorschlagen machen wir das einfach mal das ist jetzt auch die einzige tür glaube ich jetzt noch offen ist genau da oben ist ja alles zu das da auch ok ja freunde gehen wir zum schild zu der schildschlüsseltür das ist ja da oben können unten links und da würde ich vorschlagen gehen wir mal einfach mal dahin neue aufnahmes fischen geht wieder los sie spiel und genau dafür ich freue schon auf heute mal einen montag nachmittag weil ja wie es ja zufall so will habe ich wieder urlaub und gestern abend habe ich mit ein paar von euch noch ein bisschen gewann der conga gespielt und deshalb jetzt erst mal am montag aber ja sollte sich nicht auf euch zurückfallen die aufnahme die aufnahmezeit sondern ja moment mal gar nicht muss man gerade mit meine katze da die war an der hülle am katzen das war nicht so toll aber gut nichts passiert weiter geht's gut ja wie gesagt es wird uns jetzt gleich etwas unangenehmes erwarten das kann ich euch jetzt schon sagen das wird höchst unangenehm und ob ich das mit der shotgun schaffe sei auch mal dahingestellt sei auch einfach mal dahingestellt so gut dann machen wir einfach mal mit mal gerade jetzt macht es ja schon wieder so da bin ich wieder sorry für die kurze unterbrechung katze ist heute irgendwie aktiv ich weiß auch nicht warum so gehen wir einfach weiter ja wie gesagt die schildschlüsseltür die ist ja hier wer hat sich erinnert hier war richard und er wurde von einer giftigen schlange gebissen ja wenn jetzt 1 bis 1 zusammenziehen könnt ihr brauchen wir nicht mehr wisst ihr was hier kommen wird und ja ich bin gespannt wie gesagt ob wir das schaffen das kann heute werden so shotgun in die hand genau ist jedoch genauso aus wie im original fast also guck mal da geben sie uns sogar schon shotgun money ja danke schön sie sehen nichts von interesse so dann gucken wir doch mal naja genau in gottes welt sieht die eklig aus im remaster jetzt mal ehrlich sieht die widerlich aus im remaster die sieht krass aus dem remaster wow sie hat uns gekriegt shit shit oh shit wir sind vergiftet oh um gottes will ey kombinieren ah sie hat uns einmal erwischt ne oder haut sie schon ab doch sie hört schon ab was wie jetzt äh 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 Ach, wieder ne Katzi. Chris! Ich brauche Serum. Serum? Ich erinnere mich, dass ich es gesehen habe. Ich werde gleich zurück. Häng einfach da rein. Okay, geil. Wir spielen wieder Rebecca, Freunde. Damit habe ich jetzt nicht gerichtet. Ja, Resensibel Siroles grüßen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auch hier mit Chris wieder ganz schnell in den Serien gegangen, weil sonst haben wir verloren. Glaube ich, dass das so ist. Ja, sonst stirbt er. Ja, ist halt logisch, dass Rebecca das machen muss, weil sie halt auch Ärztin ist. Also Sanitäterin. Aber finde ich cool gemacht, dass wir jetzt hier Rebecca tatsächlich spielen. Ich kann es leider nicht so genießen, weil wir schnell sein müssen. Aber hey. Ach! Wobei, den kann ich ja jetzt kaputt machen, weil Rebeccas Woody brauchen wir nicht. Den kann ich ja jetzt doch kaputt machen. Den Hauswächter hier. Naja, wobei... Ach, shit. War das jetzt die richtige Entscheidung? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, weil jetzt müssen wir einmal Kerosin für ihn auf... Oh, nein. Shit, das war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Egal. Ich meine, Rebeccas Woody werden wir eh nicht brauchen. Und das Heilspray auch nicht, von daher. Ja. So, Serum. Danke. Serum und direkt... Kannst du hier auf die Kiste drauf greifen? Nicht jetzt. Okay. Schade. Was wär's denn gewesen? Okay. Ja. Ähm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung bei diesem Zombie da jetzt, äh... zu töten. Nicht, dass der uns jetzt da Probleme macht, wenn er wieder aufsteht, ne? Das ist, äh... Ja. Ja. Aber gut, mit Chris haben wir ja sehr gut ausgerüstet, von daher. Können wir den noch... Können wir den noch umlegen. Haha. Ich meine, es war zwar cool, wie ihr geschrieben habt, so ein Hauswächter, der dann irgendwann mal anfängt, Zeitung zu lesen und, äh, vorm Ofen zu sitzen, aber... Haha. Leider, ähm, ist das ja nachher jetzt nicht mehr wahrscheinlich. So. Okay. Dann. Ab drauf zu Chris. Wir müssen ihn retten. Rebecca. Und, ähm... Wäre auch interessant, jetzt mal gewesen zu sehen, ob du hier auch so wenig aushältst wie in Siru, ne? Haha. Das wäre, äh, interessant geworden. Aber es ist zum Glück nicht so weit gekommen. Weil wir ja alle Zombies, äh, erledigt haben. Ne? Deswegen. Könntest du eigentlich auch deinen Heilspray an Chris geben, ne? Haha. Er kann's eher gebrauchen als du hier. So. Da muss ich mal gar weg genug. So Chris, wir sind wieder da. So. 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 Bye. Maybe. Willa. tку! So. Okay. So. der Honorsig. gerettet und das können wir nach draußen gehen und die maske einsetzen während ist gewesen die szene wäre glaube ich gar nicht gekommen wenn wir uns nicht hätten treffen lassen einmal von dem biest aber okay wir haben es auf jeden fall geschafft ohne eine heilung zu verbrauchen das ist doch mal super richtig gut da habe ich echt schlimmeres erwartet bei dem ding aber okay haben sie halt einfacher gemacht gut wir spielen es halt auch auf normal und nicht auf hart oder so schwer deswegen ja ich bin jetzt aber mal gespannt was da draußen passieren wird soll man das abspeichern lasst uns direkt rausgehen ich habe da irgendwie schießt jetzt diese maske einzusetzen ich weiß nicht warum und genau jetzt trellert wieder unsere kugel hier rum immer zur vollen stunde das passt gerade überhaupt nicht da unten genau hier in diesem beengten gang ich weiß ja nicht was hier passieren wird das brauchen sie jetzt nicht okay mit einem loch anstelle der nase ja eine todesmaske ohne nase genau die muss dann hier rein jetzt bin ich mal gespannt um gottes willen auf jeden fall schrot wurde das gefällt mir wieder nicht was ist das nein das ist ja aber doch nun das ist ja aber doch nur ein zombie alter alter was ist der mit dem nicht richtig was ist der mit dem nicht richtig okay das war schon okay wir sind nur im gelben bereich ja aber das war das ein einfacher krisen hätte ich weiß ja nicht nach mal nach so was haben wir in dem sark da ist ein schalter perfekt hier ist etwas wo ein stall ein steigen und metall objekt von umbrella hinterlassenschaft gibt es nichts okay das war also einfacher als gedacht glück gehabt das waren einfach grüßen hätte oder ok danke lass mich einfach raus da müssen wir jetzt auch nichts mehr machen so dann jetzt läuft es auf einmal ein bisschen ruckelig hier keine ahnung warum gucken wir uns mal dieses dieses steinplatte an ein symbol ist in das a das ist glaube ich diese spencer symbol keine besondere merkmale ja ok dann weiß ich ja wo wir da hin können nämlich im haus da ist ja so eine spencer tür das symbol der spencers und ich vorschlagen gehen wir da direkt hin meine gute guten fortschritt jetzt hier finde ich cool gut wo war das denn jetzt noch mal da oben da oben war das genau das heißt wir wissen ja er hat schluss durch den hundegang okay durch den hundegang mit uns und irgendwie will ich das abspeichern aber wir haben erste viele gespielt ist lohnt nicht weil wir sind im gelben bereich und der zombie da hinten ja gut wir haben noch einen statistischen zombie da hinten er kann dann das feuer machen und mit der zeitung vom kabin sitzen so hier kommt jetzt garantiert was und wenn ja dann schießt schon der schrottflinte drauf ich bin hier immer vorbereitet also dann kommt nichts das ist so gemeint vom spiel so aber ist besser so dann haben wir hier denken genau hier hier war ja schon was hier ist ja schon was gekommen und genau dann war das doch direkt hier hinter jetzt war doch gar nicht bereit diese zusatztür hier hier die tür ist verschlossen das wappen der spencers doch nicht hätte ich jetzt gedacht dass das hier ist oder ist das in der haupt halle haupt halle durch und dann hinten wo es runter geht oh gott da will ich aber nicht hin ja probieren wir das erst mal probieren wir das erst mal ja hoffentlich ist das weil sonst kann ich mir ist nur vorstellen dass wir das herinnerhaus verlassen müssen aber wir haben ja noch nicht alles abgibt deswegen ist das echt merkwürdig warum denn jetzt auf einmal was zu warum denn jetzt auf einmal wir haben doch gar nichts gemacht drecks hunde ich hab's euch gesagt ich werde mit der schrotflinte auf euch schießen wenn ihr kommt aber wir haben doch gar nichts storymäßiges da in der an der spensatür gemacht interessant okay na gut aber dann wird jetzt wird es erledigt gut ich meinte nämlich hier noch jetzt vielleicht hier in diese neue tür reinkommen hier war ja ich ist ja umbrella zeugs sind achteckige einbuchtungen wir brauchen zwei davon super und wo jetzt jetzt weiter da oben ist jetzt was warum ist denn das da oben jetzt rot also im ersten stopp was ist da oben jetzt rot jetzt sagt nicht ihr kommt ein gegner nicht in der haupt halle so wir sind hier und hier können wir jetzt irgendwas tun aber was die eigentlich nicht so da bin ich wieder kleinigkeit gegessen und ist die luft verliert die frau nebenan okay ein ölgemälde mit einem großen rahmen es ist gut erhalten und die aböl leute scheinen lebendig okay sie können vor dunkelheit und nebel nicht erkennen ja immer diese unterbrechung heute ich weiß auch nicht was hier los ist ist hier draußen vielleicht irgendwas aber ich glaube nicht die haben die haupt halle angezeigt die haben die zeit die haupt halle an also also irgendwas muss da sein ist auch nicht irgendwas musste hier sein so was ist denn hier was soll denn hier sein sagt mal verstehe ich nicht verstehe ich gerade ich dich witzig das hier vielleicht irgendwas an den großen rahmen die farbe ist trocken ein ölgemälde wartet mal schade hätte ja sein können dass wir das anzünden können ist das hier auch ein ölgemälde so dass nicht dass wir das anzünden muss ne schade ich habe mich gerade was wir hier machen müssen ich meine sonst gibt es hier nichts warte mal äh unten ist auch unten ist auch rot okay dann gehen wir runter äh danke okay dann gehen wir runter hier also was haben wir denn jetzt hier unten gut hier unten ist es nämlich auch rot die ist doch sind doch zwei war es eine chinesische war es okay dann können wir vielleicht hier verschlossen ein helmsymbol vielleicht hier hinter noch mal aber hier waren wir ja die andere einbruchteil sieht irgendwie eigenartig aus äh was hä das war okay sieht irgendwie eigenartig aus nächstens recht sind achteckig ein prüfen ein symbol ist in der sache eingraviert denn besondere merkmale verwenden die andere einbruch sieht irgendwie eigenartig aus dann kriegen wir das wieder hä verstehe ich dich hä okay dass man da vielleicht vor die rechte tür muss oder so äh dass man da vielleicht vor der rechten tür das benutzen muss nö er macht es immer links rein okay ich frage mich gerade was hier ist vielleicht hier hier drin schwer ist in der krug hä hä he was wollt ihr von mir was wollt ihr von mir verstehe ich nicht da kann man aber auch nichts arbeitet mal da kann man aber auch nichts aufklappen oder so dass man da jetzt noch mal dieses symbol doch wartet mal da kann man doch prüfen ein symbol ist in das 68 objekt eingrabiert keine besonderen merkwürdig da kann man nichts mitmachen jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt ich bin verwirrt stein und metall stein und metall objekt okay wir müssen da irgendwas mitmachen aber was ist jetzt die frage was schade es ging so voran bis jetzt so jetzt ist nichts mehr es wird nichts mehr wir wissen nein wir müssen es da rein machen irgendwie bin ich gerade verwirrt soll links und rechts das da rein so dann jetzt haben wir nämlich hier was tun aber was aber was freunde das wird ja der gebieter sturm schreckt mich auch über wieder aber was haben wir jetzt zu tun hier ist nur noch draußen irgendwo hier ist nichts irgendwo in der ecke oder so irgendwas muss man hier machen ein ölgemälde in einem großen rahmen die farbe ist trocken und rüßt sich könnte vielleicht eben nicht erkennen ein ölgemälde in einem großen rahmen ist es gut ich bin nicht was soll ich die bache folgen dass man hier vielleicht irgendwas was schieben kann oder so leider auch nicht das verstehe ich nicht das verstehe ich leider nicht merkwürdig da in der ecke ist so ein bild vielleicht auch nicht hier kommt man ja auch nicht rein die Tür ist verschlossen ein helmsymbol hä was zur Hölle die andere einbruch nun sieht irgendwie eigenartig aus das verstehe ich nicht stein und metall objekt okay ich würde ich würde vorschlagen dass ich mich dann mal dass ich dabei erkundige was hier was man hier machen muss weil naja das ist höchst interessant dass wir jetzt hier nicht weiterkommen die hier irgendwas rotes auf der karte anzeigen obwohl hier nichts ist und genau dann würde ich denn dementsprechend vorschlagen ich gucke mir das an und dann würde ich sagen ja wenn ich diese folge trotzdem noch gefallen hat dann lassen wir doch mal gerne mal abo oder die glocke läuten er wird mich sehr freuen dass jetzt gerne weiter den kanal und ja bis hier dann hoffentlich weiter geht es wieder beim nächsten mal und ja du würde ich sagen schönen Abend oder schön tschö tschö